Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Die ILA ist heute gestartet, 600 Aussteller, auch Bundes-Olaf war vor Ort, andere kommen auch. Dann geht es weiter mit den Freunden von der DLR, die haben eine Studie gemacht und die sagt, Alkohol gehört verboten an Bord von Flugzeugen. Herz-Kreislauf, ihr wisst schon. Dann haben wir ein Thema, wo jemand die Polizei gerufen hat in den USA, damit er aus einem Flugzeug und seinen Mitkollegen befreit wird. Warum, wieso, weshalb, gehe ich darauf ein. Air Canada verklagt Passagiere, die aus ihrer Sicht 24 Stunden irgendwo festgesetzt waren, aber keine Kompensation verdienen, so wie es halt quasi, so wie unsere Schlichtungsstelle, das Gegenpart in Kanada entschieden hat. Also auch wieder Merkwürdigkeiten. Dann gibt es den Emirates-CEO Tim Clark, der nochmal zur AGM zum Abschluss gesagt hat, wir brauchen Flugzeuge mit 1500 Passagieren. 777, also 777, was soll ich sagen, 777X und 350 sind nicht genug. Und wir haben dann nochmal ein Thema Discover Airlines, die haben 330er, die sie ab 2025 in München stationieren und die gehen dann auf die Langstrecke. Und ich habe so viele Themen. WestJet hat etwas ganz nagelneues erfunden. Und es war ja auch wirklich nur eine Frage der Zeit. Ultra Economy Class. Also quasi gar nichts. Du darfst einfach da sein und still vor dich hin atmen. Das ist so die neue Geschichte. Ich hoffe, ich habe alles abgearbeitet an Themen, die heute auf euch zukommen. Ihr könnt jetzt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen, aber auch kommentieren. Und vielleicht treffen wir uns in Berlin auf dem Stammtisch. Übermorgen ist es schon soweit. Ja, ich freue mich. Ja, habt ihr auch abonniert, geliked? Bitte machen. Das erste Thema und da habe ich auch gerade frisch von den Veranstaltern der ILA eine E-Mail bekommen. Und die beginnt so. ILA Berlin geht mit breitem Angebot rund um Innovation, neue Technologie und Nachhaltigkeit an den Start. Bundes-Olaf hat um 8.30 Uhr die ganze Veranstaltung schon eröffnet mit einem Rundgang quasi die ILA befreundet und, ja, soll man sagen, gesegnet, gesegnet, beglückt. Und 600 Aussteller sind da, wie ich schon sagte. Es gibt aber auch Displays. Das heißt also, man viermal pro Ausstellung stark wird der Anflug, Abflug, deshalb so ein bisschen mit Verspätung in Berlin rechnen, gestoppt. Und dann gibt es Flugvorführung, Display, wie man das Ganze nennt und gedisplayt werden. Unter anderem, wo haben wir es? Den A321XLR. Ich hatte noch irgendwo eine Liste gesehen. Genau, der Beluga ST, der Eurofighter, der F-35, der NH-90, ein Helikopter. Lilium, dieser, ja, wie soll man das nennen, dieser Elektro-Taxi-Geschichte. Nennt sich sogar Lilium-Jet. Loyal Wingman Euro-Drohne. Neben dem ist natürlich auch ein Thema, dass man möchte, dass es nicht nur internationaler und größer geworden ist, sondern man möchte mehr dem Umweltschutz Genüge tun. Jetzt habe ich wieder vergessen, die Zeit aufzuschreiben. Ich bin immer so aufgeregt, wenn es losgeht. Also, insofern können wir das ja jetzt zum nächsten Thema ordentlich nachholen. Und das wäre die DLR. Die haben geforscht. Die deutsche Luft- und Raumfahrtfreunde haben geforscht. Und zwar nennt sich das ganze Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und die haben sich angeguckt, was Alkohol mit dem Körper macht. Ihr wisst ja selber, ich trinke keinen Alkohol. Und da ist es so, dass man herausgefunden hat, dass Alkohol gerade für Passagiere, die einschlafen oder vor dem Einschlafen sind und dann im Flugzeug sind, ihre Herzgesundheit riskieren. Deshalb titelte die Bild-Zeitung, und ich habe das dann natürlich so halb übernommen, dass man dort Alkohol verbieten soll. Und man sollte halt wirklich anstatt zum Alkohol Wasser nehmen. Ich trinke natürlich auch gerne Coca-Cola. Ja, ich weiß, es ist der Zucker. Aber ich trinke auch sehr viel Wasser mit Gas. Und was man dann auch herausgefunden hat, ist halt, dass man 48 gesunde Passagiere hatte. Die haben dann einmal, also die Passagiere waren zwischen 18 und 40, war die Vergleichsgruppe. Man hat die dann einmal schlafen lassen, einmal mit und einmal nach Alkoholkonsum in einer, ja, das ist so eine Taucherkammer, die man halt auf Flugzeugkühe gebracht hat. Und man hat auch festgestellt, dass da Effekte sind bei jüngeren Leuten leider. Heißt also, dass es da die Herzfrequenz erhöht, den Sauerstoffgehalt niedriger macht und damit natürlich kontraproduktiv ist. Und je mehr Alkohol man trinkt, desto schlimmer wird es. Also das heißt, das ist jetzt nicht so, Alkohol trinken ist halt so und dann trinkt man halt mehr, damit man das halt so ein bisschen rissen. Nein, es steigt halt auch mit dem Alkoholkonsum an. Und es ist halt wirklich so, dass das die Risiken für Komplikationen an Bord, von Notfällen, aber auch gerade bei älteren Leuten. Jüngere trinken ja keinen Alkohol, Gott sei Dank, weil sie es nicht kriegen. Aber da ist es halt so. Oder auch Leute mit Vorerkrankungen. Das heißt also, dass das wirklich ein Problem werden kann. Und es ist halt wirklich auch noch ein Thema, wenn man respiratorische Probleme hat, also Atemwegsprobleme hat, dann wird das nochmal potenziert. Das heißt also, das ist, warum man das fordert. Und man empfiehlt deshalb, zwölf Stunden vor und während des Fluges auf Alkohol zu verzichten. Und deshalb sollten die Fluggesellschaften das in Erwägungszielen kein Alkohol mehr. Das würde aber dann auch heißen, dass man in der Lounge kein Alkohol hat. Gut, für mich keine große Umstellung, für euch vielleicht. Was sagt ihr zum Thema Alkohol auf Flugreisen? Ja, ich weiß, ihr unterhaltet euch ja sogar darüber, welcher Champagner da ist. Danke nochmal, Ulrich, für die Aufklärung letztes Mal zum Champagner. Sollte man einfach nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen, in meinen Augen. Discover Airlines, die sind jetzt irgendwie in München auch im Landen machen, tun getan. Und da ist es so, dass man ab 2025 mit den 330ern, die dort dann auch gebased werden, zwei Stück, fliegen möchte. Und zwar Langstrecke. Und die sind dann so, dass der Bernd Bauer gesagt hat, dass man am Konzern Drehkreuz, das ist übrigens der Chef von der Discover. Er sagt, die Basis wächst und das ist natürlich auch so, dass man gerade Ferienziele auch mit der Kurz- und Mittelstrecken, mit den 320ern bedient. Aber mit den 330ern werden es halt wirklich echte Langstrecken werden. Und da ist es wirklich so, dass man dann auf Non-Stop-Alando geht. War das nicht vorher Lufthansa? Hat man da Lufthansa nicht streckend abgenommen? Und im April ebenfalls an drei Fährteilen der Flug nach Windhoek und nach Calgary. Und die sollen dann bis zu fünfmal bedient werden. Also insofern ist man überzeugt, dass dann da halt wirklich die Langstrecke macht. Und in München werden bis zu 70 bis 75 Prozent von den Lokalpassagieren getragen. Also München ist da ein sehr, sehr gutes Gebiet, um die Leute zu bekommen. Und man bekommt dadurch auch zwei A330er, die vorher für die Lufthansa geflogen sind. Ihr erinnert euch, Lufthansa will die Flieger ja. Und die gehen dann quasi hin und dann will man die Strecke halt billiger produzieren lassen vor der Eurowings. FTI-Pleite, die trifft natürlich die Discover Airlines auch. Und zwar ist es so, Bauer sagt dazu, FTI ist ein ganz wichtiger Partner für Discover. Aber man kann noch nicht ganz übersehen, welche Probleme durch die FTI-Insolvenz dort passieren. Muss man noch ein bisschen abwarten, was da wirklich dann passiert. Wo man aber auch von ausgeht, ist wahrscheinlich, dass viele natürlich dann Ersatzflüge buchen und dann gehen die Flüge trotzdem voll. Und im Hinblick auf Schwede Tarifstreiks ist es so, dass da immer noch natürlich nicht das letzte Wort gesprochen ist. Das heißt also, eine gewisse latente Streikgefahr ist da. Und deshalb geht der Kollege Bauer drauf ein und hofft, dass es im Sommer eine Einigung gibt. Und wir haben Emirates CEO Sir Timothy Clark. Und er ist ja auch so ein bisschen Michael O'Leary-lastig. Er haut schon mal einen gerne raus. Aber er ist immer dabei ziemlich realistisch und hat auch leider recht dabei. Also das heißt, wenn er was sagt, dann hört man ihm zu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er ist halt wirklich ein, also er kennt das Gewerbe von Grund auf. Und ich zeige euch nochmal ein Bild von der AGM, was da gestern quasi geschossen worden ist. Hups, das ist das falsche Bild. Das war es nicht. Das müssen wir weg. Das kommt nämlich gleich. Da war ich im falschen Ordner. Aber wir kriegen das direkt wieder hin. Und zwar ist das dieses hier. Zack. Und jetzt haben wir das Bild. Da seht ihr ihn. Und er sagt, in fünf bis sieben Jahren werden die Karten neu gemischt werden. Was die Langstrecken werden. Das ist eine Aussage auch von Guillaume Fourie. Und er möchte für Emirates halt selber auch andere Flugzeuge haben. Und zwar ist es so, dass er sagt, dass Emirates dann ja in 2040 quasi nur noch 777X oder die 350er hat. Und er braucht aber Flugzeuge mit 1500 Passagieren. Wahrscheinlich, wenn es nicht mehr die Auslandung von nur 85 Prozent ist. Und die fliegen ja mit 380ern. Und alle lachen sich schlapp. Aber der 380er funktioniert halt bei einer hohen Auslassung. Ist dann auch günstig. Und dann hat er das Problem auch gesehen, dass wenn man jetzt ein Flugzeug baut. Weil man im Moment halt sich nur auf dieses Single Isle konzentriert. Und das ist das, wo man auch gesagt hat, dass man bei Airbus in 2027 ein neues Konzept vorstellen will. Das dann auch, ja, einen 320 Nachfolger bringt. Das hatte er auf der ILA jetzt schon gesagt. Und 1500 Passagiere finde ich halt krass. Aber er hat auch gewisse Recht, weil wenn man überlegt, dass die Flugzeuge natürlich alle in diesem Bereich 15 Jahre brauchen. 10 bis 15 Jahre Entwicklung würde also rein theoretisch heißen, dass man jetzt schon relativ knapp dran wird, 2040 ein neues Flugzeug vorzustellen. Was halt da nicht nur Single Isle, sondern auch größer ist. Und deshalb ist es so, dass Tim Clark da halt Druck macht. Und das hat er ja immer wieder gesagt. Und er hat sich halt bei der 380er nicht committet, weil die 380er mit den Triebwerken halt einfach nicht zukunftsfähig war in seinen Augen. Weil Rolls-Royce halt die Triebwerke nicht gepimpt hat, so wie sie es wollten. Für Rolls-Royce war es ein zu großes Risiko, nur Emirates als Kunden zu haben. Wenn man sich das Ganze aber anguckt, ist auch eine andere Aussage interessant. Und zwar die 777X kommt laut seiner Aussage erst 2026. Gut, Lufthansa wird das dann jetzt irgendwann in den nächsten Monaten auch sagen. Wird dann sagen, ja, nee, eigentlich warten wir ja immer bis Boeing was announced. Daran seht ihr halt, was die Malaise ist. Und deshalb werden auch die 380er umgebaut. Also Lufthansa ist sich da schon ganz klar, dass das mit der 777X nichts wirklich was wird auf die Schnelle. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Und Tim Clark hat damit vielleicht den Elefanten im Raum adressiert. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, Airbus und Boeing werden halt wirklich nur das konstruieren, was halt auch Stückzahlen bringt. Und wo es nicht halt so eine Nische ist. Und bei allem Respekt, auch wenn Emirates da so 300, 400 Flugzeuge von kaufen würde, ist das Risiko einmal sehr, sehr groß, sich von einem abhängig zu machen. Und das andere ist natürlich auch, was soll das Geld denn zurückkommen. Also Emirates ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass die sagen, ja gut, wir finanzieren die ganze Bude. Also insofern, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und ich bin mal ganz gespannt, was da passiert. Man könnte natürlich auch 50-50 machen und sagt, hey, wir bezahlen die Hälfte der Entwicklung von der Bude und dann kauft ihr die. Vielleicht wäre das eine Lösung für Airbus. Ich bin da mal gespannt, ob das vielleicht dann so ein Produkt wäre, was Emirates dann glücklich macht. Aber das glaube ich auch, dass das Risiko selbst am Golf zu groß ist für so etwas, dass man da einfach ein Flugzeug bastelt, was man mit mehreren Milliarden vorfinanzieren muss, um dann es zu kaufen. Es bleibt spannend. Aber auch hier die Frage des Tages für euch, die ich euch um die Ohren werfe. 1.500 Passagiere in einem Flugzeug ist schon grenzwertig. Oder? Könnt ihr gerne zu kommentieren unten. Ich freue mich auf eure Kommentare. Jetzt wird es wieder etwas lustiger, wenn man sich das Ganze anguckt. Und das ist ja auch etwas, was man auf der Zunge zergehen lassen soll. Und zwar ist das WestJet. WestJet hat eine neue Rate eingeführt. Und diese E-Mail, ich muss mal gucken, die gebe ich euch einfach mal. Das ist einfach der Hammer, wenn man sich das anguckt. Hier seht ihr das. Ich mache das mal ein bisschen größer, dass man das auch mitlesen kann. Zack. So. Kann ich das runterziehen? Nee, er will es nicht runtergezogen haben. Er ist bockig mit mir. Ah, jetzt geht es. Warum kann ich es nicht runterziehen? Ich kann es nur hochziehen. Naja, nun gut. Dann muss ich euch das anders vortragen und muss das dann ablesen. Also insofern lustig ist, es gibt einen neuen Ultra Basic Fair. Und dieser Ultra Basic Fair, der hat ganz besondere Merkmale. Er soll wohl billiger sein, aber Carry-On-Bags are not permitted unless you are traveling in a transatlantic or trans-Pacific flight. Also das heißt, es gibt kein Handgepäck. Dann, man kann ein Personal Item mitbringen, was unter den Sitz, unter den Vordersitz passt. Dann, und jetzt kommt Festhalten. Ihr bekommt einen Sitz, der euch zugewiesen wird. Und zwar, der ist hinten im Flugzeug mit Mittelsatz. Platzgarantie fast. Also es heißt including, aber hinten und Mitte. Ja, Middle Seats including. Diese Sitze sind nicht zusammenhängend, wenn man mit anderen Leuten fliegt. Ja. Und es wird noch besser. Man kann die Sitze aber für eine Additional Fee kaufen, wobei es dann fast wahrscheinlich Sinn macht, nicht nur normale Fee zu kaufen. Aber nun gut. Und Boarding ist der Letzte. Bist du der Letzte? Das Letzte? Die Letzte? Egal wie? Und, wichtig, keine Änderungen, keine Stornierungen, keine Refund. Nothing. Das ist Fly or Die. Also im Prinzip, das Ticket ist so. Und jetzt kommt der nächste Knaller. WestJet Rewards. Das ist der in meinem Programm. Null Punkte. Gar nichts. Opting for this fare means you will miss out on earning WestJet Dollars. Tier Qualifying Spend. Quasi alles. Gar nichts. Es gibt nada. Nix. Und wenn man sich das in der Matrix anguckt, ist es einfach nur, dass man Personal Item hat. Man hat ein Carry On Item auf Flügen nach Europa oder Asien. Die fliegen ja zum Beispiel auch nach London oder sowas. Checkbacks mit zwei Dollar Zeichen anstatt mit einem. Dann geht es weiter. Das In-Flight-Food kostet dreimal Dollar, aber kostet auch bei den anderen sind drei Dollar Zeichen. Also insofern ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Und ehrlicherweise, Atmen ist erlaubt. Also im Prinzip, du bist der Letzte. Du kannst ein Gepäckstück runter, aber du kriegst gar nichts. Das ist quasi ein Barebone. Also danach gibt es wirklich fast gar nichts mehr, was man da abziehen könnte, dass es so anbundelt, wie es nur anbundelt sein kann. Und dazu natürlich die Frage wieder für euch. Und zwar die Frage, die wir hier haben, ist, wie findet ihr WestJet Ultra Basic Fair? Ist das genauso grenzwertig wie die 1.500 Leute? Oder sagt ihr, nö, macht eigentlich Sinn, kommt auf den Preis an. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, seitdem man die ganzen Tickets anbandelt, ist es ja nie so gewesen, dass die Tickets billiger geworden sind. Im Prinzip hat man ja dann quasi die Ticketspreise gelassen, hat also im Prinzip ein Ticket genommen, wo man alles inklusive hatte, hat dann gesagt, ja, nee, dann machen wir jetzt das und das weg. Und hat dann im Prinzip, wenn ich sage jetzt mal, der Preis war 1.500 mit alles, mit alles, ist genau wie mit Döner, mit roter Soße, also mit allem. Und wenn man halt alles hatte, dann haben die den Preis dann auf 1.500 gesetzt und haben gesagt, ja, das nehmen wir jetzt Basic. Und dann hat er gesagt, ja, du willst dein Gepäck mitnehmen, willst alles haben, dann ist der Preis jetzt bei 1.800 oder 2.000 oder sowas. Also man hat den Preis erhöht. Also billiger ist ja am Ende nichts geworden. Und das ist halt wirklich das Schlimme. Ich bin mal gespannt, ob andere Fluggesellschaften in Kanada dem folgen, weil es gibt ja in Kanada so eine leichte Monopolstellung und deshalb wird auch Air Canada gleich nochmal Thema werden mit der Air Canada in Bezug auf die Kompensationszahlung. Aber ob Air Canada, Porter und so ein paar kleine Fluggesellschaften, Porter ist auch so eine kleine Fluggesellschaft, ob die das machen. Und also ich denke mal, dass man jetzt nicht so weit gehen kann, wie die Kommentare. Einer sagte, also try our new mega saver fare where you benefit from a kick in the nuts on check in every member out of our friendly crew would address you as hey dump ass while on board. The use of laboratory is also not allowed as you will travel in our luggage compartment. Also man kann natürlich auch sagen, okay, ein Tritt in die Eier, das ist schon speziell dieser Humor. Oder auch, dass jemand gesagt hat, dass der Ryanair-Chef Michael O'Leary da wohl traurig ist, dass er nicht selber auf die Idee gekommen ist. Aber was kommt nach ultra basic? Dann kommt wahrscheinlich ultra mega basic. Ich bin mal gespannt, was damit wird. Und ja, es ist halt wirklich nur eine Preisverteuerung. Also die ultra basic werden wohl da sein, wo die Basics früher angefangen haben. Da werden die jetzt ultra basic und dann wird man langsam das so hoch machen. Ist halt leider so. Jo, und jetzt wisst ihr, jemand hat die Frage gestellt, warum sollte man gucken, dass man in Europa, dass die Strecken in Europa bleiben und ITER und so weiter. Die Preise sollten auch kontrollierbar bleiben. Und das passiert, wenn man so einen Markt hat wie in Kanada, wo man quasi ein sogenanntes Oligopol hat. Also wo man bei vielen dieses Parallelverhalten hat. Aber es bleibt wirklich spannend am Ende des Tages, ob Air Canada und Konsorten das übernehmen oder nicht. Also die Frage des Tages beantworten. Hatte ich die WestJet? Hatte ich. Jetzt kommen wir zur Air Canada. Und da bleiben wir ja auch quasi im Land. Und bei Air Canada ist es so, da hat man etwas anderes gemacht. Und zwar ein bisschen, um da das Thema zu erzählen. Ein paar ist von Vancouver nach Costa Rica geflogen. Eigentlich wollten sie das machen. Sind aber in 20, 20, 24 Stunden verspätet abgeflogen. Es hat drei Jahre gedauert, als diese Schlichtungsstelle in Kanada, und das ist die Canadian Transport Agency. Und die ist halt so, die haben jedem Passagier 1.000 gegeben. Also 2.000 kanadische Dollar zusammen als Kompensation. Und jetzt ist es so, dass seit dem September 2023 die Canadian Transport Agency, und zwar die haben das halt so, dass die da das Thema beendet haben und beenden. Und das ist so, dass die natürlich damit den Prozess etwas schneller gemacht haben. Und man hat ja auch 72.000 Fälle, die noch im Backlog sind. Also das heißt, die stehen im Rücken, die noch gemacht werden müssen. Und ich denke mal, dass Air Canada eine sehr gesunde, große Quote davon hat. Und jetzt ist es aber wirklich so, dass man bei Air Canada dem Thema entgegengesehen hat, dass man gesagt hat, ja, aber das war doch Wetter. So, aber man kann diese kanadische Authority nicht verklagen. Ja, ist nicht wie bei uns bei der Schlichtungsstelle so, ja, mache ich, mache ich nicht. Da ist es anscheinend so, dass man es machen muss. Und die sagen halt wirklich, dass das Wetter ist. Der Officer dort von der Transport Canada hat gesagt, oder Canada Transport Agency, CTA, hat gesagt, nee, das ist es nicht. Und jetzt ist es wirklich so, dass man vor Gericht geht und guckt. Und ein Lichtblick ist, dass die Passagiere nicht die juristische Kosten bezahlen. Aber das ist halt auch so ein Thema. Ich hatte das mal, wir hatten einen Rechtsstreit für eine Firma. Also wir sind, also weil die Firma nicht verklagt, also die Firma hätte verklagt werden müssen im Ausland. Deshalb hat man uns als Händler verklagt. Und die Firma hat gesagt, wir bezahlen ja alles und wir schicken ja auch einen Anwalt. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn man halt einen Anwalt von jemandem bezahlt bekommt, und gerade auch hier bei Air Canada, die ja noch ein anderes Interesse haben, ist ja quasi, dass die Gegenseite das bezahlt, um es dann halt dem Staat heimzuzahlen. Es ist so, dass ich mich da halt nicht wirklich richtig gut vertreten gefühlt habe. Deshalb habe ich meinen eigenen Anwalt da reingeschaltet und dann auch gewonnen. Aber das finde ich schwierig, dass man einfach nur jemanden dann als Guinea-Pick nimmt und dann verklagt. Und interessant ist es auch, aber man muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht das erste Mal, dass da ein Passagier jemanden verklagt, Entschuldigung, dass ein Fluggesellschaft Passagier verklagt hat, der Kompensation haben wollte. Und zwar war hier einmal der Fall, als Passagiere zum Beispiel Finnair nicht da in Haftung nehmen konnten, weil Finnair gesagt hat, dass es das nicht das Problem von Finnair war, sondern von Airbus, da die A350er nicht fehlerfrei waren. Das war am Anfang ja auch ein Problem. Und die hatten das Ganze dann gemacht und hatten da dann das verkauft an so einen Dienstleister, das war IfDelayed und die haben das dann auf deren Art und Weise gemacht, haben dann auch gewonnen. Das war das Problem. Und ja, ich finde das halt relativ krass und dass die Finnair dann quasi dann, ja, da auch Passagiere verklagt am Ende. Aber ich bin mal gespannt, wie das ist, wie es geht, aber ob man da jetzt nicht wirklich Freunde macht, um da einfach ein Urteil zu haben, um damit Rechtsgeschichte zu schreiben in Kanada, finde ich schwierig. Also das finde ich ein Problem. Wir sind auch schon wieder über 20 Minuten, deshalb werde ich jetzt das letzte Thema nochmal speedmäßig machen. Und zwar haben wir noch ein Thema mit American Airlines und zwar mit American Airlines. Jetzt kommt das Bild, was ich euch eben schon gezeigt hatte. Das war der Screenshot von, wie heißt das, von X. Ich kann mich da immer nicht dran gewöhnen. Ich bin immer noch so auf Twitter. Und warte, ich mache das mal höher, dann machen wir das kleiner. Wir machen das einfach mal ordentlich. Und da seht ihr das auch schon und da seht ihr auch den ganzen Text geschrieben. Der Kollege hat, also der Film, der hat 911 gecallt, also die Polizei angerufen, hat gesagt, dass er jemanden braucht, der Hilfe denen gibt, um sie da rauszuholen. Sie sind seit drei Stunden schon auf dem Vorfeld, also auf dem Tarmac. Das ist 4.22 Uhr und es ist 7.08 Uhr. Zuerst waren sie verspätet, weil sie sagten, sie haben zu viel Fuel. Dann, also das heißt, dass sie sonst in Dallas eine Landung gehabt hätten, die halt zu schwer wäre. Und der Pilot sagte, dass man jetzt eine neue Route gefunden hat und man fliegt in Kreisen, wie er sagt, oder sowas. Ja, wahrscheinlich fliegt man so ein bisschen zickizacki. Das Spannende an der Geschichte ist halt wirklich, wenn man sich das anguckt, das Thema. Drei Stunden auf der Tarmac und dann einfach, weil man ja so umweltfreundlich ist, den Sprit verbrennen. Und man kann das natürlich auch so sagen, dass sie natürlich die Operations haben, die halt relativ scheiße gelaufen sind, wenn man ehrlich ist. Aber ich glaube, dass man die Polizei rufen muss als Passagier, ist schon relativ krass. Und das Video ist halt drei Millionen Mal gesehen worden oder noch mehr. Ich muss mal gucken, was der aktuelle Stand ist. Ich sag's euch, das Video ist jetzt gesehen worden. Wo steht es? 4,3 Millionen Mal. Das sah der wahrscheinlich auch in dem Screenshot. Und ich find's halt spannend, dass man als Passagier dann wirklich da halt, ja, dann die Polizei rufen muss. Interessant ist noch, dass es mal eine Geschichte gab, wo es bei North-West Airlines, als es die gab, die haben herausgefunden, wie die Telefonnummer war von dem CEO. Und der hat dann beim CEO angerufen, aber dann ist seine Frau nur dran gegangen. Aber dann haben sie halt auch einen Finger bekommen und dann ist das Problem gelöst worden. Das Problem war aber dann, das war übrigens 1999, das Flugzeug war mit 198 Passagieren auf dem Flug 1829 voll. Und man hat dann in Detroit sieben Stunden auf der Termink gesessen. Also man kann auch gerne mal Carsten S. aus M. anrufen und sagen, hey, Carsten, Problem. Aber ich glaube, das war relativ cool, die Frau anzurufen, weil die hat sich wahrscheinlich verjagt. Also ich denke mal, dass man da spannende Momente hatte. Vor allem ist der Käpt'n da direkt vom CEO angerufen und gesagt, what the fuck und so, was ist bei dir los? Aber ich bin mal gespannt, was da passiert. Im Moment ist es ja noch so, dass man eigentlich, wenn die Türen zu sind, dann sein Telefon nicht benutzen darf. Und gucken wir mal, was da passiert. Also die ungewerbliche Geschichte. Ich bin über die halbe Stunde noch nicht drüber. Ich danke euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Träuler TV dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Ich mache jetzt noch eine zweite Folge und zwar Meilenmittwoch, aber an einem Mittwoch. Und da habe ich auch interessante Themen. Da gibt es einen Überblick über Marriott. Da wird sich jemand freuen. Nicht wahr, Tobi? Also, danke dafür für euch den Abspann und bis morgen wieder und übermorgen in Persona in Berlin. Also, Abspann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.